Yeah, was geht? Curly bei Jamfam mit meinem Mann Timo Möbrez hier im Studio bei Musti, oh yeah. Ey Curly macht das so. Jamfam hier in der Show. Timo Möbre macht das so. Ich bin der Ghostwriter von Ghostwriter. Guck mich an für Hits auf meinem Ami-Shit. Browser, Gamer, Money, Rich. Ich komm nicht allein. Ich bring ein Bundy mit. Scheiß auf Gods Plan. Ich bin der Antichrist, guck vier Blocks mit Baba-Chick. Aber Style Versace ist Slip. Legt die Hand ins Feuer für jeden, der Hamadi ist. Ein Tag vor Release. Labels werden wahnsinnig. Doch ich bin Studio A, so lange bis das Master sitzt. Am Ende gewinn ich so wie Karate-Kid. Hat dein Kind Glocken? Weißt du, wer der Vater ist? Wir wissen alles, aber sagen nix. Elon Musk-Level-Merch auf den Mars geschickt. Bring mir den Ant-Bots. Kein Stress. Wie der Typ von Mad Talk. Bleib fresh. Ah, Fashion Week, wenn ich auf die Straße geh. Ah, du bist cool, ja dann sag ich B. Ihr ganzen Motherfucker macht mich traurig. Alles was ich von Supreme am Dicker, ich verkauf es. Dein Scheiß klingt, als ob er schon mal gebraucht ist. Rhyme, Swag, Price-Check, minus 100.000. Ey, Zermine ist schon wie Lannisters. Keiner ist länger wach, mehr Style wie ein Wellenpack. Ihr merkt nicht, dass ihr alle doch nur dasselbe macht. Denn ihr seid ugly und legt nur im Keller ab. Jam-FM ruft an. Frag, will ich rappen. Ich fahr' Kuh-Damm in den Appen. Drop 16, dann aufs Studio. Und davor noch was snacken. Ihr kippt nicht am Mic. Doch jeder wär's ein Verbrechen. Ich bin Adlon. Bestell Ei und Zucuk. Rappern fehlt Kapital wie Team Kuku. Du und deine Holmes trinken Huko. Doch ich bin nicht mehr Sixten so wie Juju Pilla. Shit. Das war mein Mann. Das war mein Mann, Curly. Mit deinem heftigen, heftigen Paar, Dicke. Du hast dich überrascht. Du hast mich überrascht. Die Taxifahrt war lang, Bro. Merk dir den Namen. Es ist Curly. Ey Curly. Yes, mit seinem Mann. Team um 1,3. Yeah. Hier auf Jam-FM auf jeden Fall. Musik. Die dich bewegt. Jam-FM. Let's go!